Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Neugeweiht anzunehmen bei Lady Mondbere im Ardenwald, Herz des Waldes, auf der Ebene der Stamm, an dieser Position. 4 Quests waren ein nie ausgesprochenes Geheimnis, ein Opfer aus Anima und ein Zeichen verlorener Liebe. Mit dieser Quest schließt man das Kapitel 5 ab der Nachtfee-Kampagne und da gibt es auch eine neue Gestalt für die, wie nennt sich das, für die Seelengestalt, genau. Ist eine Quest, die muss man irgendwo abgeben, die Quest werde ich auch extra aufnehmen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquests oder Folgequests, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Jetzt hat man hier seinen Extra-Knopf bekommen. Den klicke ich mal an, mal schauen was passiert. Und man tut etwas Kanalisieren auf diesen Qua-Dawin. Das war's auch schon. Wie gesagt, mit dieser Quest schließt man das Kapitel 5 der Nachtfee-Kampagne ab. Man bekommt auch eine Wumm-Stufe dazu. Quest ist abzugeben bei Tivnax. Im Ardenwald, Herz des Waldes, auf der Ebene der Stamm, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. It's okay. Ende.